Hallo Kondag, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe, dass es wirklich reichlich Publikum gibt und wir freuen uns ehrlich, dass ihr zu uns gefunden habt und wünschen euch noch viel Spaß heute mit uns. Wir werden eine kleine Pause irgendwann dazwischen machen, um uns zu erfrischen. In unserem Alter braucht man das, also wir duschen nicht, also es dauert nicht so lange. Wir kommen dann wieder leicht stinkend auf die Bühne, das ist überhaupt kein Problem für uns. Wir spielen erstmal ein paar Sachen nur von Peter Hans und so ihr wollt, kommen dann irgendwann später noch ein paar andere Sachen aus eben jener Zeit dazu. Das hängt aber natürlich alles von euch ab, nicht von uns. Wir können da gar nichts dran ändern. Der Programmablauf steht und er wird nur von euch dirigiert und von keinem anderen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020